Nächste Runde, wenn die eine gute wird, dann haben wir die nächste Errungenschaft und kriegen den Rauchball. Das wird jetzt nämlich der Rauchball sein, den wir dann kriegen. Nehme ich stark an. Okay, diesmal habe ich eins von denen gehebigt. Das ist schon mal sehr schön. Oder war das die Stelle? Ich glaube, das war vielleicht auch die Stelle. Eine Stelle weiß ich nicht, es gibt drei, weil da ist noch einer. Oder war das das, was ich gedacht habe? Ach, die Flog kann ich eh nicht fotografieren. Da brauche ich die Flöte für. Und das weiß ich nicht. Nee. Okay, Quapsel. Ein random Quapsel erscheint. Warte mal, ich kann doch das Inton. Punkt. Andere schwimmen kommen auch Intons. Ja, Austausch. Mal ein schöneres Muschas. Oh, das war zu schön. Oh, was ist das Dreck? Flitzt? Speed! I am Speed! Okay, ich muss Flit spielen. Bei dem Zapzof eigentlich das war. Dann muss ich Flit spielen, wenn es dann hier war ist. Ich bin mal gespannt, was kommt da raus. Oh, das sind Punkte, das schmeckt doch. Das ist doch nass. Kriegen wir vielleicht unseren Ball. Das gibt doch richtig viele Punkte hier. Das ist doch schön. Na, das ist nicht so. Ja okay, das war wirklich nah. Ich hab keinen Zapfkunde in der Mitte getroffen. Ja okay, das war wirklich nah. Wow! Wunderful! Okay, das ist doch in der Mitte. Das mit der Mitte funktioniert nicht irgendwie so semi gut. Aber das nicht in der Mitte. Aber das nicht in der Mitte. Nein, es hat funktioniert. Das ist ja eine Rauchball. Das nutzen wir den auch gleich und gucken, ob wir schaffen, dass wir eigentlich die Sonne ausfällt und auf den Knopf springen. OK. Wunderbar! Oh nein! Ich glaub ich was die. Wollen wir die Krapsel Krapsel sein? Jetzt hab ich mal ein bisschen Saat vorbiss. Das wird man ja... Was kommt aus deiner Dörne da raus? Stopp! Stopp! Was hat sich hingesetzt? Aber das ging ja nur mit der Gute, glaube ich. Wer bringt hier nichts? Wenn er treffen würde? Ne, bringt aber nichts. Aber die Sachen können wir runterholen. Ja. 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 Wollen wir kommen gegen den Trenner runter? Ja. Okay, das ist jetzt nicht so ein geiles Foto. Du bist ja, ne? Ja. 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 was erzählen. Yes, wir können uns in den Tunnel. Oder in die Ruhe. Danach das Tal. Im Tal kriegen wir also das Nächste ein bisschen Pokeflöte. Das sind dann wahrscheinlich wieder Punkte. Ich gebe jetzt mal ein Zubat. Warum gibt man schon das Zubat? Nein, nein, nicht. Endlich habe ich es getroffen. Ich glaube, wenn ich alle Slimer mit einem Dings treffe, kriege ich einen Slimer. Ich treffe halt gar nichts. Das ist das Blöde. Ich weiß nicht, ob ich die Slimer wirklich abwerfen muss oder ob ich sie fotografieren muss. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Schleute. Aber er hat nicht so gute Zeit. Ich glaube, der Bericht schnaht. Ich habe die Sitzung über die Verkaufung. Hör da rein! Geh doch! Es gibt doch wieder so viel auf einmal! Was? Komm ja, Russa, dann lass mich doch vorkommen! Und sei nicht so schlimm dann! Schöner Badestirn! Ich weiß nicht, die Haare! Hier schön ist auch noch eine kleine Gesangseinlage, dass wir in der Steuer nicht einschlafen. Das wird ewig lange auch an den Gag gesichert. Schick einfach Gesangattacke random und dann ist beleidigt, wenn alle einschlafen. Sieht komisch aus. Yes! Vielleicht lag es zu lange im Schatten oder so. Es hat nicht nur Sonne abgekriegt. Es wäre nicht hart lustig, wenn es eins von den Ditto... ...bis er abends mehr Punkte hätte wie nichts. War nicht in der Mitte? Ich drück auch zu schnell. Du hast immer einen Polo umgekoppiert. Du hast immer einen Polo umgekoppiert. Du hast immer einen Polo umgekoppiert. Hey Punkte! Es war ein Zubort. Ja, in der Tat. Es war ein Zubort. Ja, in der Tat. In der Tat! Ein Zubort! In der Tat! Und ein Rossana! Ich glaube, es war auch eines der besten Bilder, die wir mal hatten in dem Spiel, wie ich das als Kind hatte, war tatsächlich das Bild mit zwei Punktenlubs auf Death State. Okay, Return to the Lab. Entweder kriege ich jetzt die Flöte oder ein neues Dings. Ah, wir kriegen eine neue Strecke. Wir kriegen das Pfahl. Ab in the ready. Auf Wiedersehen.